Bei dem Bau von Fernwärmeleitungen ist natürlich Regen und Matschen hindern. Ihr seht, mein Kollege schaufelt hier mal ein bisschen was frei um die Zugänglichkeiten wieder zu ermöglichen für die Röntcher, für die Isolierer und auch unter Umständen für mich, wenn es denn so weit ist. So ihr seht jetzt mal, ich habe mal wieder meine Gummihose vergessen in diesen Matschverhältnissen, aber ja das ist okay. So ein anderer Tipp an dieser Stelle, wenn ihr zwei Nähte in der Vorbereitung habt, dann springt hin und her. Erst die eine Naht, dann die andere Naht. Wurzel rein, Wurzel rein auf der anderen Seite, runter kühlen lassen, sauber machen, die Wurzel dann die nächste Zwischenlage hin und her. Das ist natürlich sehr sinnvoll, immer von einer Naht zur anderen zu gehen, wenn ihr da im unmittelbaren Bereich seid. Ja, das runter kühlen ist natürlich auch sinnvoll, ist ja logisch, nicht zu viel Hitze reinbringen in die Schweißerei. Ich gebe euch mal kurz ein paar Parameter. Wurzel 95 bis 105 Ampere, drei Millimeter Schweißdraht. Die Zwischenlage 2,4 Millimeter mit circa bis 130 Ampere plus minus. Zweite Zwischenlage und dritte Zwischenlage von 145 bis 160 Ampere, je nachdem wie ihr drauf seid. In diesem Fall hier reichen 145 Ampere aus. So stark wandig ist das Rohr auch wieder nicht. Nutzt die Zeit, nutzt die Möglichkeiten. Wenn ihr zwei Nähte habt, das ist natürlich sinnvoll und logisch besser, auch für das Material, Überhitzung, Wegrutschen etc. An dieser Stelle herzlichen Dank für euer Like und für euer Abo. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr es jetzt machen und viel Spaß weiterhin hier bei den einzelnen Videos aus dem Rohrleitungsbau.